ja moin zusammen und willkommen zurück im turm der dunkelheit na ich werde jetzt so weiter und lass uns mal den apfel dort einsetzen hier war es doch glaube ich ja da war es doch glaube ich okay dann so sieh einer an wir kommen auf die brücke na denn da wird auch gewimmelt aber da brauche ich noch was anderes das nehme ich immer mit das ist hier noch da brauchen wir noch einen griff es ist aber nicht der von der vogelscheuchen haben wir sonst noch was jetzt gibt es kein zurück nein warte mal heißt das sie kommt tatsächlich nicht zurück ok 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 na denn ok lass uns mal wimmeln schmetterling drachenteil mausefalle spitzacke gießkanne ok mausefalle haben wir haben ich eigentlich die ich sollte das mal nachsehen erfolge warte mal habe ich das eigentlich alles schon ich glaube nicht weil ich denke ich verrenne mich hier gerade benutzen den tippen dann auch keinen fall sammeln alle kronen sammeln alle schwerter muss ich einfach gleich mal gucken sammeln alle äpfel aber das haben wir doch schon moment was irgendwie bin ich durcheinander gekommen wo ist es drei von drei ohne tipps so was gibt es ja nicht wo ist es denn weniger als eine minute ok sie sind wohl nicht hier weniger als zehn ich hoffte auf drei von drei zehn von zehn und fünf von fünf von zehn von zehn und so was gut schmetterling und was soll ich für einen drachenteil was denn für ein drachenteil das da nee das ist kein drachenteil gehört das zum drachenteil auch nicht was ist damit gemeint oh hier verändert sich ja was ok also weiter schmetterling drachenteil bärenfalle und spitzacke spitzacke was ist denn bloß ein drachenteil was ist damit gemeint da ist was ist hier irgendwas ist hier noch das ist okay die drachen die die bärenfalle ist das da vermutlich weder sichel katze apfel das habe ich hier gesehen katze die sichel habe ich hier gesehen und der wieder der wieder ist dort so also schmetterling drachenteil schmetterling und was ist jetzt der drachenteil ist da oben irgendeine verziehung oder so okay das hier nee keine ahnung das da auch nicht schwer zu sagen das ist es nicht da nein was kann denn ein drachenteil sein ich hätte erstmal noch mehr umgucken sollen um herauszufinden wo was fehlt drachenteil drachenteil merkwürdig ist es das hier ist doch irgendwie was drachiges ne naja vogel aber irgendwie auch drache okay also was ist gemeint nein 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 keine ahnung komm mir so willkürlich vor kann das sein ah das war ein drachenteil natürlich du hast gefunden ein drachenteil ja okay cool krass okay was haben wir denn noch halt ich müsste noch nach dem dingelchen gucken wo sind wir hier ähm bäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäb Und dort ist auch noch was. Hier, warte mal, du kommst da hin. Siehst du. Okay, gut, wir brauchen noch die beiden Flügel. Und dann haben wir es. Okay, wie konnte ich das nochmal aufrufen? Wir sind jetzt bei den Sammlerobjekten. Wir sind jetzt bei den Äpfeln. Okay, liegt hier ein Apfel herum? Vermutlich nicht, ne? Nee, vermutlich nicht. Erst im nächsten Part. Nee. Ist hier ein Apfel? Hallo, ich hätte Lust auf einen Apfel. Lecker, lecker Apfel. Wenn ich in dieses Rohr etwas gießen könnte, dann käme es an der anderen Seite heraus. Richtig, aber ich habe normalerweise nichts dabei. Ich könnte mit dem Vogelscheuchenbein da so rumtrukeln. Das bringt aber nichts. Okay, wo sind die Äpfel? Keiner verlässt den Saal, bevor wir nicht die Äpfel gefunden haben. Hier, da gehört ein Schütze hin. Und sonst irgendwie nix. Okay, na gut. Hier, man könnte aus dem Stahl etwas meißeln. Ja, man könnte es auch sein lassen. Hm, na gut. Ich gehe mal zurück. Wo ist der Apfel? Es wird hier ohne Zweifel einen geben, ne? Weil hier vorne... Achso, es gibt ja kein Zurück mehr. Hm, hm, hm. Einen Schmetter, den kann ich anbieten. Gilt das auch? Da ist nix. Da ist nur das. Hm. Ja, mein Binidem blind. Ihr Pferdis, habt ihr einen Apfel geklaut? Ihr habt ihn schon gefuttert, ne? Ja. Ich weiß es doch genau. Okay, hier ist keiner. Keine Ahnung. Hm. Na schön, also das. Ähm, hier. Kann ich mit der Axt da was machen? Mit der Spitzhacke? Oh, das geht tatsächlich. Mensch. Für eine Spitzhacke war das aber... Ist das aber eine ziemlich coole Konstruktion. Achso. Hm. Okay, für sein grobes Werkzeug. Naja, schön. Aber hier ist kein Apfel, ne? Da oben? Nee. Hm. Hm. Sonst waren die doch immer relativ leicht erkennbar. Aber hier jetzt? Hm. Merkwürdig. Na gut, könnte sein, dass wir ein paar Sammlerstücke verpassen. Ich gehe mal zum Turmtor. Hallo. Ja, du sagst es. Oh, du hast aber schicke Zähne. Oder ist das einmal... Siehst du? Sie sind nämlich leicht erkennbar. Hier ist es... Also, ich sehe es nicht. Ich sehe da keinen Apfel. Na. Wir werden es schon herausfinden, ne? Was ist denn mit dir? Dieser Greif lässt mich nicht durch. Kann ich die Zähne nochmal sehen? Oh, warte. Halt, mir geht nicht. Jetzt. Yeah. Okay, gut. Wow. So, hier wird gewimmelt. Auge des Horus. Rechter Flügel. Wunderlampe. Und Regenschirm. Wunderlampe. Auge des Horus. Da ist der Flügel. Auge des Horus. Dort. Regenschirm. Silberkirch. Kelch. Weiße Rose. Kelch. Mhm. Weiße Rose. Regenschirm. Rotes Blatt. Flasche und Horn. Das. Rotes Blatt. Und das Hörnchen. Da oben. Ja. Gut. Holzpuppe und Venus-Symbol. Beides soll sich... Oh, und Pistole. Alles soll... Venus soll sich... Das da? Ja. Okay. Kann... Passiert da noch was? Holzpuppe und Pistole bewegen sich nicht, oder? Ja, aber die... Was? Oh. Mensch. Hat ein bisschen... Ja. Fällt ein bisschen langsam in sich zusammen. Oh mei. Okay. Rechter Flügel. Cool. So, was haben wir hier noch? Mensch, du hast ja einen Hut bei dir. Wie gut. Das Kreuz an der Halskette des Engels fehlt. Das kommt mir auch so vor. Haben wir aber dummerweise nicht dabei. Ich könnte mit der Steinsäule nach dir werfen. Nein, das wird nichts. Ah, hier. Guck mal. Dem fehlt da was. Ach. Kennt ihr den noch? Das Greifenei fehlt. Deswegen greift er mich auch an. Okay. Gut. Gehen wir mal wieder zurück. Das war ja hier. So. Oh, wow. Gefunden Glasscherbe. Cool. Okay. Und den da können wir auch einsetzen. So nehme ich. Okay. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Vogelschrechenbein und mit der Steinsäule? Hm. Ich nehme nicht an, dass du da hineinkommst. Nein, natürlich nicht. Hm. Kommst du denn hier oben drauf? Oh, tatsächlich. Ach was. Und hier ist... Irgendwas ist hier. Ordne die Blöcke, indem du die richtigen Farbformen in die richtigen Felder setzt. Du kannst die Blöcke derselben Farbe oder derselben Form miteinander vertauschen. Ah, und hier steht's. Okay. Hier alles Rote, Grüne, Lilla und Gelb. Und hier alle Sterne. Ich glaube, ich fange mal horizontal an. Ja, ich glaube, ich fange mal horizontal an. Okay. Also. Hm. Stern ist richtig. Stern müsste da oben hinkommen. Und da kommt der gelbe Stern hin. Aber der Rote Stern ist noch hier. Nee, warte mal. Das bringt gar nichts. So. Das bringt noch weniger. Cool. Krass. Hm. Du könntest da schon mal hinkommen. Dann würde ich dich da hintauschen. und, ähm, äh, ja, wie jetzt weiter? Hm. Du kommst erst mal weiter nach unten und du irgendwie auch. Hm. Den würde ich gerne nach unten irgendwie kriegen. Vielleicht machen wir das doch nochmal so. So und so. Und dann, nee, das bringt uns nicht weiter, ne? Nee, das bringt uns nicht weiter. Kann ich auch diagonal tauschen? Ah, diagonal geht auch. Okay. Das ist gut zu wissen. Das bringt hier jetzt nichts, aber ist gut. Ähm, okay. Dann mache ich das nämlich so, dass ich erst mal gerne den Stern weiter nach oben bringen wollen würde. Und, ähm, Ja, Moment, kriege ich das so hin? Guck mal, so und dann da. Nee, äh, Quatsch, Blödsinn. Äh, dürf. Ja, okay. Ja, warte, dumme Idee. Obwohl, ja, eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. So und so und so. Und den Lila nennen, das kriege ich schon irgendwie hin. Hm, das kriege ich schon irgendwie hin. Okay, so weiter. Ähm, hier unten müssen die hin. Hm, und die müssen da oben hin. Dann würde ich dich erst mal da hinbringen. Dich dorthin bringen. Hm, der passt. Oh, tsch, ja. Du könntest da. Ach so, ja, stimmt. Hm, aber so passt das. Okay. Geht auch. Hm, hm, hm. Hm, hm. Oh, ich beide tausche ich mal. Und, nee, Moment, den möchte ich gerne da lassen. Äh, obwohl es geht ja nicht anders, ne? Nee, bedauerlicherweise nicht. Aber jetzt wird's besser. Und so wird's richtig gut. Die Farben, da kümmere ich mich gleich drum. Ich möchte erst mal dir alle Formen in die richtige Reihe bringen. Hm, so, grün. Dich muss ich da irgendwie noch wegkriegen. Das mache ich wohl am besten so. Und dann, Ähm, äh, ja. Das ist jetzt ungünstig, dass die so weit auseinander sind. Hm. Obwohl, ist es das? Warte mal, wenn ich das so mache. Und dann so. Und dann, oh, das geht nicht. Okay. Nach und wie ich die tausche, das funktioniert dann auch nicht, ne? Natürlich. So, können wir, kann ich mir damit behelfen. Und dann kommst du da hin, und du da hin, und du hier hin. Okay, jetzt haben wir die schon mal. So, jetzt, ähm, grün hier, ja, toll, hast rein. Gut, ja, wird ein bisschen hin und her gefummelt, aber wir kriegen's hin. So, gelb dort, und lilla hier hin. Rot und gelb nach ganz hinten. Hm. Und nochmal gelb nach ganz hinten. Und dann haben wir's. Yay! Ein Feuersymbol. Na, wenn das mal nicht in diese Koordinator. Oh, vielen Dank. Und da wird dann nochmal gewimmelt. Hammer. Ich bin noch ein bisschen nervös wegen des, des Apfels. Hm. Der Nebel verbirgt etwas. Boah, das kann gut sein. Wer weiß das schon. Da. Wusch. Das war alles? Nichts ist passiert? Hallo? Gar nichts? Okay. Dann lass uns nochmal wimmeln. So, also, Eichhörnchen, Sonnenblume, Gartenschere, drei Teetassen. Gartenschere, Teetasse, Teetasse, und, äh, was ist hiermit? Das da? Irgendwie? Hallo? Wechsel mal zurück. Wechsel schneller zurück. Vielen Dank. Ja? Und da ist jetzt gar nichts? Cool. Okay. Das da und, äh, wie ist das jetzt gar nicht mehr da? Eichhörnchen, Sonnenblume, Sprühflasche und Wassereimer. Ja? Sonnenblume, Eichhörnchen. Na, wo bist du, du Kleines? Da hinten. No. Violine, Violine, Elefant, Frosch und Maske. Frosch, Violine, Elefant, Elefant, Maske, Violine. Tada! Yeah! Ein Eimer Wasser. Na, sowas. Aber was ist denn, Wasser, warum hat das hier nichts gebracht? Ich muss wahrscheinlich hier erst den Flügel einbringen, ne? Okay, was machen wir mit dem Wasser? Hm. Hier jetzt, ach so, hier oben, natürlich, das Ding auffüllen. Tada! Okay. Eins von zwei über Glas. Cool. Mensch, krass. Ah, okay. Halt, Moment. Hier war doch auch kein Apfel zu sehen. Ah. Ich weiß, es gibt auch Bilder, die keinen Apfel enthalten, also kein Sammelobjekt enthalten, aber es waren noch nie zwei hintereinander. Es übersehs gerade tatsächlich. Hm. Ja. Ja, ach komm, es bringt ja auch nichts, die ganze Zeit hier rumzuhängen. Um zu verhängen. Hey, habt ihr Lust, nochmal ein bisschen weiter zu gucken? Nee. Glückliche Maske, weibliche Statue, Sonnensymbol und Sterneisen. Ah, und die Masken, das ist die traurige Maske, die Theatermaske, ja? Und da ist die glückliche Maske. Sonnensymbol, äh, die ist nicht gemeint. Was könnte noch so, ach, im Moment ist es nicht da. Gucken wir jetzt mal nach den anderen Sachen, ne? Statue, das Sonnensymbol soll jetzt da sein. Hä? Da, ach hier, das ist der Mond, glaube ich. Nee, das ist Merkur, ne? Und jetzt ist es, war das nicht die Erde? Hm. Stemmeisen, Armschutz, Medaillon und Hufeisen. Hufeisen, das Medaillon, okay. Armschutz und Stemmeisen. Stemmeisen, hm, naja. Das da? Nee, das ist, nein, nein, nein. Stemmeisen, hm, Schwert, Schleife und Speer. Hm, das Schwert habe ich hier gesehen. Da ist der Speer. Okay, jetzt fehlt nur dieses komische Stemmeisen. Und Flügel und Holzzepter. Eben ist es hier. Uh, uh. Flügel, Holzzepter. Wo ist das Stemmeisen? Jetzt müsste es gerade zu sehen sein. Da oben? Hm, Wo ist denn das? Stemmeisen. Stemmeisen. Ach, das ist hier ziemlich, das ist eine Zange, das zählt nicht. Das da? Oh, tatsächlich. Naja, okay. Linker Flügel, ausgezeichnet. Na, Vögeli? Hm? Okay, wo war das noch? Hier, ne? Da, ja, okay, sehr gut. Da und da drauf. Uh, okay, was soll ich hier tun? Bewege den roten Schalter durch das Labyrinth und führe ihn bis zum Ende. Einige Zahnräder blockieren den Weg. Hierhin nehme ich an. Okay, hm, gut. So, dann komme ich da schon mal durch. Hier kann ich irgendwas machen. Ja, gut. Okay, dann komme ich da durch. Hm. Vielleicht so. Aber, ah, okay. Oh, hier gibt es das sogar mit Geräusche. Okay. So, jetzt den ganzen Weg zurück, ne? So, so. Dann so. Und da sind wir. Yeah! Es gibt noch eine Blüte, aber dummerweise noch kein Hinweis darauf. Der Nebel verbirgt etwas. Hm. Ach, warte mal, das kommt hier oben hin. Habe ich nicht? Kommt das nicht? Das sieht ihm aber ziemlich ähnlich. Ein Teil fehlt hier. Ja, klar. Nee. Irgendwas fehlt hier noch. Muss ich da vorher irgendwas dran rumpucken? Nee. Warum geht das nicht? Warum kann ich das noch nicht einsetzen? Ist der richtige Moment noch nicht gekommen? Ich schaue nochmal nach dem Apfel. Ich war jetzt voll nervig von wegen. Warum sieht der Typ das denn nicht? Äh, ja, 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 gut. Okay. Da ist nix. Ähm, hier ist, da leuchtet es zwar, hat aber nichts zu bedeuten. Äh, da oben ist kein Apfel drin. Das da ist auch kein Apfel. Hier ist auch keiner daneben gerutscht. Auf der Kiste liegt auch keiner. Dort komme ich nicht dran. Hier ist nix, 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 nix. Von den Steinen sieht auch nichts aus wie ein Apfel. Hm. Tja, hier gibt es wohl keinen. Okay. Weiter. Kann ich dich mit einem Apfel... Äh, nee. Ich habe alles möglich dabei. Aber bedauerlicherweise nichts. Oh, warte mal. Halt, nee. Ab dem Blick komme ich da nicht irgendwie... Nee, ich komme nur da ran. Ich sehe nur ihn hier. Tja, beim Kreuz haben wir noch nicht dabei. Und ich nehme nicht an, dass das Amulett hier einpasst. Nein? Kann ich das hier irgendwie betrugeln? Auch nicht. Hm. Das ist ja blöd. Komme ich oben irgendwo hin? Nee. Hier komme ich auch nicht lang. Bla, bla, bla. Schrei hier nicht so rum. Bin ja schon... Das ist top. Eingreif ein Ei fehlt. Wir lassen wir einfach ein bisschen geschmeidet da. Nein, tun wir nicht. Okay. Okay, das heißt aber, wo geht es jetzt lang? Hier haben wir ja nichts mehr. Oder? Nein. Hier ist es eigentlich nur dieses Ding hier offen. Und halt das da. Bringt das was, wenn ich da dann rumfummele? Hier nicht. Nö. Oh, warte. So. Nö, auch nicht. Okay. Also nächster Schritt wäre tatsächlich hier oben, ne? Ein Teil fehlt hier. Ja, sehr gerne. Ich komme nicht dran. Ach, ich habe hier mal... Ach, ja, natürlich. Ach, das war das Ding. Ach so. Oh, Entschuldigung, Violet. Ich habe mich ja schon wieder völlig vergessen. Ist ja blöd. Ja. Ja. Danke dir. Ja, sehr gut. Okay, cool. Krass. Dankeschön, Violet. Ich habe... Tut mir jetzt sehr leid. Okay, gehen wir mal zu der schwimmenden Insel. Hier gibt es einen Apfel. Hast du gesehen? So nehme ich. Okay, den nehme ich mit. Warum auch immer. Das nehme ich mit. Warum auch immer. Und warum heißt das hier schwimmende Insel, wo sie doch fliegt? Nein, weiß es nicht. Das nehme ich mit. Hier ist nichts. Okay, der Vogelscheuche fehlt allen. Deswegen nehme ich das Ding mit, ne? So, cool. Ja, hier brauchen wir erst einen Arm, bevor ich... ...die Hand da dran... ...passte kann. Oh, warte mal. Vielleicht das Bein? Ja, gut. Immerhin. Aber dann müsste ich doch den Arm... Ja, er geht sehr schön. Wer nehmen wir hier aber auch nicht mit? Okay. Wer ist da denn drin? Hallo? Na, ihr? Wegen der Krähen komme ich nicht an das Ei heran. Hm. Das ist ja blöd. Okay, aber ich komme zurück und kann jetzt hier... Es lässt mir keine Ruhe, die Sache mit dem Apfel, ne? Ja, das tut mir leid, dass ihr da durch müsst. Ja. Dass ihr das mit ansehen müsst. Hm. Das gibt's doch nicht. Wir haben fünf von sechs. Eines, ein Apfel fehlt nur noch. Und ich wette, wenn wir hier durchkommen, kommen wir in das nächste... Äh, das nächste Gefilde. Oh, jetzt grünste er wieder. Dankeschön. Okay. Damit haben wir den Hüt. Hm. Na schön. Es wäre echt ärgerlich, wenn wir wegen dieser Situation einen Sammelgegenstand verpassen würden. Okay, kann ich auch nichts dran ändern. Gut. Also, den Hut bekommt die schon mal. Oh, das hat schon gereicht. Okay. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir die anderen Dinge auch sammeln müssen. Aber hey. Wenn's genügt. Ei, ei. Na, wer bist du denn das da dran? Okay. Wer will's gerade nicht? Dann gehen wir doch mal hier und bringen dem Greifen sein Ei. Und? Okay. Werde den Greifen los. Naja. Die, also, ich würde mal sagen, es ist doch... Also, ich weiß ja nicht. So. Und? Wenn ich da reingehe, klappt die Tür hinter uns zu. Hier ist kein weiterer Apfel. Das macht ja nix. Näh. Nein, nein. Baby, du wirst sterben. Das ist es. Ah. Okay, komme ich zurück? Ich komme zurück. Das heißt, es besteht eine ernsthafte Chance, dass hier ein... ...ein Apfel vergraben ist. Wenn ja, wo? Ich will den letzten Sammelgegenstand. Okay. Nein. Äh, sieht nicht so aus, ne? Na, schön. Okay, also, hier wird gewimmelt. Dann lass es uns mal tun. Ähm. Vorhergeschloss, Parfumflasche, rote Scherbe und Schachfigur. Das habe ich gesehen. Ähm. Was? Vorhergeschloss. Äh, das da? Ja, passt. Schachfigur, rote... Äh, Vorhergeschloss und Parfumflasche. Hm. Hm. Nein. Hm. Parfumflasche. Schachfigur. Äh, sehe ich mal. Doch, da oben. Ah. Frech. Eine Sanduhr gibt es eh so. Und der Schlüssel... Hier war doch da drunter auch direkt etwas. Da ist der grüne Apfel, zählt der auch? Der zählt übrigens nicht. Ähm, okay. Äh, Sanduhr, Brosche und Libelle. Sanduhr, Brosche und Libelle. Hm. Brosche? Ja. Brosche. Irgendwas ist hier noch? Okay, da ist der Schlüssel drin. Gut. Hm. Da ist die Libelle. Okay. Krone, Löwe und Band. Hm. Das wird wohl der Löwe sein. Okay, die Krone. Und das Band. Und nicht zu vergessen, ist das Parfum? Das ist kein Parfum. Das da? Echt. Okay. Wow. Ähm, und ein Band. Jo. Das ist ein Band, ne? Nein. Das ist ein Band. Das ist ein Band. Okay. Rote Scherbe. Ausgezeichnet. Wieso wartet er jetzt hier? Ich meine, wäre es nicht irgendwie cleverer, er würde mich angreifen oder so? Mich ausschalten. Finde die Reihenfolge, in der die Runen auf den Büchern zu aktivieren sind. Gibt es irgendwie einen Tipp? Ne. Wir müssen es einfach ausprobieren, ne? Okay, das war es nicht. Nein. Nein. Zwei. Nein. Nein. Es ist natürlich die letzte Fassung, ne? So. Das Buch brauche ich. Der Turm der Dunkelheit. Jawohl. Ist das Zentrum dunkler Magie und Zauberei. Wer auch immer den Turm kontrolliert hat, den Zuruf auf dunkles, verbotenes Ritual, welches das eigene Leben verlängern kann. Und Sterblichkeit. Das Ritual der Dunkelheit ist, kann nur an Vollmond praktiziert werden. Eine unschuldige, reine Seele, die eines Kindes. Kristalle entfernt. Hinweis, die Nutzung jeglicher Technik führt zu einer Überladung und beendet das Ritual. Mhh. Das wäre doch für uns relevant, he? Der nahe Hendrik hat keine Ahnung, dass er eines Tages das Leben seines Kindes hergeben musste, um mein Leben zu verlängern. Und das im Tausch gegen die Königsthron. Alter. Das hat unser Göttergatte also gemacht, he? Du hast gefunden ein Buch. Und nicht nur das, sondern auch einen fantastischen Eulenkopf. Okay. Was noch? Da ist doch noch mehr. Da kommt irgendwas rein. Mhh. Das könnte dieses hier sein. Er wehrt sich gar nicht. Warum wehrt er sich nicht? Das finde ich merkwürdig. Okay. Das nehme ich mit. Da ist, äh, ein Teil der Maschine fehlt und das steckt fest. Das ist ja blöd. Okay. Hm. Da. Okay. Hier braucht es auch nicht die anderen Sachen. Schmetterling! Ja, aber mehr als einen Schmetterling würde ich jetzt einem Apfel bevorzugen. Oh, da geht es nicht zur Bibliothek. Was ist hier? Leute. Äpfelsammlung komplett. Okay, ich bin beruhigt. Jetzt kann ich in Ruhe schlafen gehen. Der Sammler. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, aber wir waren hier noch nicht fertig. Ach, herrlich. Und die anderen werden wir wohl im, ähm, diese andere Sammel-Sammel-Dings da, Sammel-Arie, werden wir wohl im Bonus-Kapitel dann bekommen. Na cool, was ist das denn? Ach hier, ich hatte doch eine Linse gesammelt. Kommt die hier rein? Tatsächlich. Na, da fehlt ja mal noch eine. Diese Lupen sind unvollständig. Offenkundig. Na gut. Hi. Hör mal, ich geh mal eben in die Bibliothek. Soll ich dir was mitbringen? Ich glaub, die haben da drin Donuts. Möchtest du einen? Nein? Okay. Na gut. Dann nicht. Denn nichts. Hier, da haben wir schon mal eine Eule. Wir haben einen eulen Kopf. Aber bedauerlicherweise keinen eulen Körper. Das nehm ich mit. Da hab ich nur aus Versehen aufgeklickt. Da ist nix. Was ist da oben? Oh, da ist sie ja. Okay. Hier fehlen noch drei Dinger. Wie es scheint, beschäftigt uns es noch eine Weile. Können wir das Buch hier irgendwo zurück... Natürlich können wir das Buch zurückgeben. Hier und nirgendwo anders. Was ist das? Das sind eulen Flüge. Ach was. Okay. Gut. Ich glaube, nächster Schritt wird die zweite Linse. So. Und jetzt? Uh. Meins und meins. Sehr gut. Eins von drei. Eulen Körper. Ja, ausgezeichnet. Na. Du kommst da drauf. Und dann ein Kopf. Dann sind die... Achso, die Flügel auch noch dran. Dann sind die beiden wieder zusammen. Öl. Okay. Frankenveni. Krass. Okay. Zwei von drei. Lila Scherbe. Ist hier noch was? Sieht schon gemütlich aus. Ich mag ja solche Bibliotheken. Ich finde das ja großartig. Ich finde das ja großartig. Das ist so... Das ist nichts... Doch, das ist schon was Besonderes. Aber hier einfach so in so einer Bibliothek zu sein. Und dann auch noch irgendwie mit gemütlich beleuchtet. Hier mit Kaminfeuer. Und... Ach, ich liebe sowas. So. Du kommst... Nicht hier hinein, oder? Nee, das war irgendwie ein anderes Symbol. Wo kommst du denn hin? Das sieht demnählen... Ist das auch nicht? Dann bleibt ja nur noch... Hä? Okay, ich habe nur noch dieses Symbol hier. Und... Oh. Das ist es. Okay. Alles klar. Gut. Und dann steigen wir gleich ein mit dem Bimmelbild da drüben. Aber ich müsste mal eben einen Augenblick... Ähm, das geht euch nichts an. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.